der braucht drei ist nicht sehr viel ich kann mir inzwischen schon mal die mark num torch bauen genau dafür bräuchte man nämlich diese potions die machte man in einem brewing aus vanilla also what brewing stand da ganz normal cobblestone und blaze rod äh ja habe ich keine blaze rod bekommen ich weiß es jetzt nicht ich habe doch diese blaze dust bekommen kann ich daraus nicht was machen der blaze powder ich meine daraus konnte man doch das machen nein okay das bedeutet ab in das wundervolle untergrund teil wo ich nicht zu sterben hoffe und da ich das wahrscheinlich mache lege ich mal meinen cupsack weg und lade mich vorher noch mal auf so lass mal ein jetpack ah save so habe ich jetzt verschwende ich 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 du 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 import from Tristel so ja jetzt hole ich mir hiervon das Juju Meta fülle das da rein zack tu das wieder hier hin mach weiter du scheiß Teil und da sage ich Single Run denn das 10 Millionen EU wird ordentlich was verbrauchen was der verbraucht ok ja das Juju Meta ist meistens die Schwäche so laufen wir unvorbereitet wie wir sind ohne Feuerzeug natürlich seit es ja auch gar keiner braucht so ein Feuerzeug ist vollkommen unnötig in den Nether gib mir das Feuerzeug so es wird auch schön dunkel sodass die Geräte keinen Strom mehr bekommen wie viel Zeit haben wir denn noch wir haben noch 5 Minuten ja komm das kriege ich noch hin ja einmal in den Nether und dann Sachen holen das muss doch zu schaffen sein hoffe ich mal hoffe ich mal okay festung 300 Meter in die Richtung wisst ihr was ich stehe auf was also Monsters ja ja aber ich habe jetzt wirklich keine Lust am Arsch zu gehen am Arsch zu gehen sehr sinnvoll deutsch gesprochen ich habe haut ab ich brauche euch nicht nicht an diese Teile im Nether kehren sich die Effekte um ganz schlecht das weiß ich dummerweise noch dass sich die Effekte umkehren was dann keinen großen Spaß macht oh das Nitro Creeper so ups warte mal die Festung muss irgendwo hier sein 11 Meter ich habe zumindest einmal Wasser dabei also die Festung muss hier sein in diesem Umfeld ich müsste sie da ist sie doch gesehen haben genau komm und da vorne sind auch schon Blaze es hört sich an wie da ist Vader in Mechanisch äh also in Bot Vader ja da sind sie aua Wasser 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 okay kein Wasser mehr wow ah da fällt mir ein ich habe ja schon ein Blazewood eigentlich brauche ich nur noch nach Hause ich höre mal hier den hallo ich kann mir keinen Waypoint machen naja ich habe den auf nein ich habe den auf F4 genau Waypoints Festung Delay yes new Waypoint und zwar Festung dann dann back to game so ab nach Hause oder es müsste eigentlich in die Richtung gehen lauf ich möchte nicht allzu viel von meinem wertvollen Jetpack vergolden oh ich sollte mal schön ich sollte mal essen aber trotzdem gehe ich noch hier raus denn ich finde es ist ziemlich gefährlich im Nether zu bleiben lauf ha da unten ist es und meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet nein es ist tatsächlich noch an wuhu und 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 komm bitte bitte schlag mich jetzt nicht nein nicht mehr da rein gut perfekt und damit wenn ich jetzt noch Mieterleiter oder sowas habe könnte ich mir den Bullying Stunt bauen da habe ich auch noch drei aber erstmal wieder anziehen damit ich das fürs nächste Mal nicht vergesse Feuerzeug weg Mieterlight oder ja keine Ahnung wie das heißt äh wie konnte ich das nochmal genau klonen vier und damit bis zur nächsten Folge tschüss haut rein ok